Jedes Monat wieder. Deine Periode steht an und du fühlst dich schon Tage vorher total schlecht. Du hast Bauchkrämpfe, Rückenschmerzen und du bist voll mies drauf. Nimmst du vielleicht sogar regelmäßig Medikamente oder musst du dich deswegen sogar krank schreiben? Das musst du nicht, denn ich verrate dir heute, wie du deine Schmerzen ganz einfach los wirst. Fünf Tipps, die du sofort umsetzen kannst. Hallo, ich bin Dr. Claudia Nichterl, Gründerin der Akademie für integrative Ernährung. Ich zeige Frauen in Gesundheitsberufen, wie sie das Potenzial von Ernährung anders nutzen. Für mehr Erfolg im Beruf, für mehr Wirksamkeit und für mehr Freude mit dem, was sie tun. Regelschmerzen sind wirklich sehr belastend und sie kommen jedes Monat wieder und kosten uns wertvolle Lebenszeit. Was sind die Ursachen? In der integrativen Ernährung, die sehr mit dem ganzheitlichen Blick von der traditionellen chinesischen Medizin arbeitet, ist Leber-Chi-Stagnation das Thema. Wenn das Leber-Chi gestaut ist, dann ist der Energiefluss im Körper unterbrochen. Das heißt, in unseren Meridianen, in unseren Leitbahnen läuft der Energiefluss nicht so, wie er sollte. Und diese Stagnation, dieser Stau führt dann auch durch die hormonellen Einflüsse im monatlichen Zyklus zu diesen Beschwerden. Und ein typisches Zeichen ist, sobald die Blutung dann da ist, sobald es fließt, werden die Schmerzen besser, weil sich diese Stagnation auflöst. Verstärkt wird das Ganze durch Stress, durch Bewegungsmangel, durch Fehlernährung und durch ungünstige Lebensstilgewohnheiten. Vor allem diese ungünstigen Ernährungsgewohnheiten führen zu Wassereinlagerungen im Unterbauch. Und wenn dann in der zweiten Zyklushälfte auch die hormonellen Wirkungen dazukommen, dann ist wirklich der Unterbauch von den Zellzwischenräumen mit Wasser voll. Und das löst auch diesen Druck und diese Beschwerden aus. Und da ist besonders ungünstig, wenn du zu viel Zucker isst, wenn du Fastfood isst, wenn du Rohkost isst. Und vor allem, wenn Vollkornprodukte, Milchprodukte, alles was dich bläht und was das Verdauungssystem zusätzlich belastet, weil der Raum hier sowieso schon weniger ist durch diese Wassereinlagerungen. Aber ich habe dir ja fünf Tipps versprochen, was du dagegen tun kannst, dass es dir besser geht. Das wichtigste Prinzip von der Ernährung ist, einmal auf die Bekömmlichkeit achten. Also nichts zu dir nehmen, was diese Blähungen und dieses Völlegefühl oder die Wassereinlagerungen verstärkt. Am besten wäre Suppen, Eindöpfe, gekochte Mahlzeiten, also weniger kalte Brotmahlzeiten und mehr einfache Mahlzeiten, die gekocht, gegart und bekömmlich sind. Kannst dir Tipps aus der Fünf-Elemente-Ernährung in der traditionell chinesischen Medizin holen. Ein warmes Frühstück, ein Porridge, Hirse mit Kompott oder auch eine gute Gemüsesuppe mit einem versprudelten Ei. Das gibt dir Kraft, aber das belastet dein Verdauungssystem nicht. Tipp Nummer zwei, wenn du so richtig entstauern willst. Es gibt ein paar Lebensmittel in der chinesischen Medizin, denen eine stark entstauende Wirkung nachgesagt wird. Das ist zum Beispiel Gerste. Die Gerste kühlt, entstaut und leitet aus. Es ist vor allem dann, wenn du vielleicht auch Hitzegefühle hast oder wenn es im Sommer heiß ist, dann kannst du dir ein Gersten-Konji zubereiten. Was ist ein Konji? Ein Konji ist eine Tasse Gerste mit zehn Tassen Wasser aufkochen und dann so eineinhalb bis zwei Stunden zu seinem Gersten-Drei kochen. Das ist so ähnlich wie eine Reisschleimsuppe. Da hast du durch das lange Kochen schon eine sehr hohe Bekömmlichkeit. Und die Gerste wirkt ein bisschen entwässernd und entstauend. Die Gerste enthält aber auch viele Belaststoffe. Und wenn du auf diese Belaststoffe ein bisschen empfindlich reagierst, dann versuch es mit Reis-Konji. Nimm eine Tasse Naturreis mit zehn Tassen Wasser. Sehr gut dazu passen, auch ein paar Kardamom-Kapseln. Das bringt auch noch ein tolles Aroma hinein. Und dieser Gerstenbrei oder dieser Reisbrei ist dann für ein paar Tage die Basis. Du kannst das als Frühstück hernehmen mit einem Kompott, mit Beeren, mit ein paar Sonnenblumenkernen, mit ein paar Nüssen, vielleicht ein Löffel Leinöl dazu. Oder du machst dir mittags oder abends einen Schöpflöffel von diesem Getreidebrei mit einem gedünsteten Gemüse, mit einem gebratenen Fisch oder einem Spiegelei. So eine einfache, schnelle Mahlzeit. Ja, Tipp Nummer drei, um das Leber-Chi zu entstauen, arbeite mit Gewürzen und Kräutern. Kurkuma, Gelbwurz ist zum Beispiel ein Gewürz, das wirklich das Leber-Chi gut entstaut. Wenn dir das zu exotisch ist, probiere es mit mediterranen Kräutern wie Thymian, Majoran, Basilikum oder Oregano. Auch Wacholder und Lorbeer. Also alles, was so ätherische Öle enthält, was aromatisch ist, das entstaut deinen Körper und hilft dir gegen diese Leber-Chi-Stagnation. Ja, und ein ganz, ganz wichtiger Tipp. Wir haben schon über Kardamom gesprochen. Kardamom hat so einen wunderbar aromatischen Geschmack, so eine Mischung aus Alkalyptus, ein bisschen Zitrone. Trink heißes Kardamomwasser. Wie geht das? Vielleicht hast du einen schönen Krug oder eine Thermoskanne. Gib ruhig sechs bis acht Kardamomkapseln hinein. Gieß mit heißem Wasser auf und trink dann über den Tag verteilt dieses Kardamomwasser warm. Du kannst diese Kapseln ruhig zwei bis drei Mal aufgießen und wenn die Kapseln in deine Tasse fallen, dann beiß hinein, gib die holzige Schale weg, beiß auf die Samen und dann wirst du merken, wie alles gut aufgeht und dich entstaut. Ja, das sind so die wichtigsten Tipps, damit wirklich diese Wassereinlagerungen ein bisschen aufgehen, du diese Leber-Chi-Stagnation löst. Und so als letzten Tipp, achte auch ein bisschen, dass du deinen Stress abbauen kannst mit einem Spaziergang. Vielleicht hilft dir auch eine Wärmeflasche oder eine kleine Bauchmassage und lass es dir gut gehen. Werde Botschafterin für Gesundheit und Lebensfreude, teile dieses Video und gib das Wissen weiter. Klicke hier, um noch mehr zu erfahren und wir sehen uns im nächsten Video.